Musik Praktisch alle Themen dieser Woche wurden von einem locker überstrahlt. Die neue Xbox wurde angekündigt, sie heißt Xbox One, warum auch immer. Und während wir alle nur den Stream geguckt haben, war der Thomas Z. lag persönlich vor Ort und konnte sich das Ding genauer anschauen. Aber erstmal, viele Leute sind enttäuscht. Wie ist deine Einstellung jetzt zu diesem Entertainment-Gesamtpaket? Also ich sehe es nicht ganz so kritisch wie, glaube ich, manch anderer. Ich kann natürlich verstehen als Core-Gamer, dass es zu wenig um Games ging und zu wenig Games auch gezeigt wurden. Aber die E3 steht ja vor der Tür, in drei Wochen ist es soweit und ich denke, da wird man noch einiges mehr sehen in Sachen Games. Und jetzt stand halt mal die Konsole im Mittelpunkt und eben die ganzen Services. Und dass es also so die Aufteilung war, das hat mich nicht so gewundert. Aber natürlich über die Inhalte kann man dann streiten. Es ging sehr viel um Fernsehen. Und das Problem ist einfach, wenn die über Fernsehen reden, dass es dann einfach sehr fokussiert ist auf den amerikanischen Markt. Und du weißt eigentlich jetzt schon, dass gewisse Sachen bei uns erstmal nicht funktionieren werden. Und dann kannst du natürlich als deutscher Zuschauer erstmal so die ersten 20 Minuten streichen. Und dann bleibt bei der Stunde dann nicht mehr so viel übrig, was wirklich auch spannend war. Es ging dann noch viel um EA Sports auch und in erster Linie dann nicht um FIFA, sondern um Madden. Und dann bleibt halt wirklich nicht mehr so viel übrig, was jetzt wirklich interessant war. Aber ich finde, dass sie gesagt haben, 15 Exklusivtitel im ersten Jahr, das ist schon mal eine wichtige Aussage. Ein paar haben wir ja schon gesehen, also Forza 5 und Quantum Break heißt es genau. Und da muss man wirklich schauen und hoffen, dass dann auf der E3 noch deutlich mehr gezeigt wird. Und da bin ich einfach auch mal optimistisch. Du durftest nach dieser Präsentation, die ja alle mitverfolgen konnten, auch noch einen genaueren Blick drauf werfen. Wie ist so dein erster Eindruck? Also mein Eindruck ist erstmal, dass Microsoft extrem Vollgas gibt, was die neue Xbox anbelangt. Das ist also wirklich die ganze Company und diverse Abteilungen, ob es das Microsoft Research Lab oder ob es eben auch die Softwareabteilung ist, die sich halt um das Betriebssystem kümmert. Weil es wird ja auch ein Stück weit Windows drauf vorkommen, dass sie da wirklich sehr fokussiert sind und dass eben die Xbox One eben diese Entertainment-Zentrale einfach sein soll. Also diesen ganzen Windows- und Microsoft-Kram dann eben wirklich auch in die Wohnzimmer bringen soll, zusammen eben mit Xbox und mit Gaming. Und das war schon mal mein Eindruck. Ich konnte halt ein bisschen den Controller in die Hand nehmen und habe eben auch gesehen, wie viel Mühe sie sich gegeben haben, diesen schon wirklich sehr guten 360-Controller weiter zu verbessern. Ich habe also auch das erste Mal in meinem Leben 3D-Printer gesehen. Jetzt weiß ich auch, wie die Dinge aussehen, denn die werden halt eingesetzt, um diverse Prototypen zu machen, um die Controller halt weiterzuentwickeln. Also hier ein Millimeter, da ein Millimeter verändert, einfach mal so ein Prototyp rausgedruckt mit dem 3D-Printer. Und eben auch Kinect fand ich auch erstaunlich, wie akkurat das Ganze jetzt funktioniert. Also ich bin ja nicht so der Kinect-Fan, aber die haben mir das eben auch veranschaulicht, dass jetzt das ganze Ding general überholt wurde, dass die Auflösung besser ist, dass die Genauigkeit besser ist, der Funktionsumfang deutlich besser ist und auch die Spracheingabe, die man ja auch ein bisschen gesehen hat bei dem Media-Briefing, dass das wirklich auch so akkurat funktioniert. Selbst wenn man mit ganz lautem Spiele-Sound zockt, wird trotzdem die Stimme genau erkannt. Das heißt, das konntest du auch wirklich sehr beantesten, weil ich glaube, viele Skeptiker haben sich gedacht, das ist garantiert nicht live, was die da auf der Bühne zeigen. Irgendjemand im Hintergrund drückt da doch noch einen Knopf. Genau, das habe ich auch gedacht. Und ob das tatsächlich live war oder gefaked auf dem Media-Briefing, weiß ich nicht. Aber was ich eben sagen kann, ist, dass es wirklich sehr gut funktioniert. Also das konnte ich wirklich selber ausprobieren. Ich habe dann auch diesen Raum gesehen, wo die das nochmal im Detail testen. So etwas habe ich noch nie gesehen. Das ist halt so ein unglaublich schalldichter Raum. Der ist sogar losgelöst vom restlichen Gebäude. Da sind überall so Schaumstoff-Geschichten. Und wenn du da drin stehst, du hörst halt nichts außer deinem Atem. Du hörst sogar das Blut in deinem Körper. Also das war schon so ein bisschen scary. Und darin wird eben diese Spracheingabe von Kinect eben getestet, dass das alles gut funktioniert. Also wie gesagt, der Aufwand, der da reingesteckt wird in diese Konsole und die Priorität, die einfach die Xbox One im ganzen Microsoft-Konzern hat, das kam schon rüber. Jetzt haben wir fast alle Infos erstmal zu den beiden großen Next-Gen-Konsolen, die kommen. Wenn du dich irgendwie festlegen müsstest, wer hat gerade die Nase vorne? Sony oder Microsoft? Also, zum Glück müssen wir hier nicht so festlegen. Also ich denke, der Markt ist ja groß genug, dass da auch beide existieren können. Das Bauchgefühl sagt schon, dass Sony momentan so ein bisschen die Nase vorne hat. Das liegt aber einfach daran, dass die Enttäuschung jetzt über die erste Vorstellung von der Xbox One da schon aller Ordens gegeben ist. Zumal es ja immer noch diese Damoklesschwerter gibt. Stichwort Gebrauchtspiele, Sperre und eben auch Always Online. Nein, und da kristallisiert sich ja schon heraus, dass da was dran ist. Also es wird vielleicht nicht ganz so schlimm, wie die größten Skeptiker denken, aber es ist Fakt, dass es diese Themen gibt und dass die auch in den Vorstellungen von Microsoft eine Rolle spielen. Und da kann sich Sony natürlich schon positionieren und sich da als die Alternative eben darstellen, die das nicht bietet. Wobei man natürlich nicht ausschließen kann, dass die auch irgendwann auf den Trichter kommen, weil Geld verdienen wollen sie alle. Aber das sind schon Sachen, die mich natürlich auch schon ein bisschen stören. Die Abwärtskompatibilität finde ich jetzt nicht so schlimm, die gibt es ja bei Sony auch nicht. Wenn ich eine neue Konsole habe, dann möchte ich auch die neuen, schönen Games spielen. Das stört mich da nicht so sehr. Aber Gebrauchtspielesperre, das ist eigentlich so das, was eigentlich am meisten, glaube ich, reinschlägt. Also wenn du ein Spiel für 70 Euro kaufst, dann kannst du es halt nicht mehr für 40 Euro oder so verkaufen oder 50, sondern kriegst vielleicht noch einen Zehner, weil derjenige auch noch Geld bezahlen muss an Microsoft, damit er mit der Version überhaupt was anstellen kann. Das wird schon Leuten sauer aufstoßen. Dass man bei Gebrauchtspielen vermutlich noch mal Microsoft extra was bezahlen muss, wird viele verärgern, ja. Aber ich fand auch eins sehr seltsam, dass man alle 24 Stunden einmal online gehen muss mit dem Ding, damit es checkt, ob auch alles noch in Ordnung ist. Haben die das wirklich so verlauten lassen? Also da hat man wirklich uneinheitliche Aussagen bekommen und das hat auch so ein bisschen für Verwirrung gesorgt vor Ort, dass anscheinend manche Leute was gesagt haben, was nicht der offiziellen Sprachlinie, die im Vorfeld festgelegt wurde, sich damit gedeckt hat. Das wurde mir zumindest so gegenüber gesagt. Und deswegen gibt es, glaube ich, auch so viel Verwirrung. Also dieser eine Tag ist wohl nicht irgendwie offiziell bestätigt. Erstmal ist ja gut, dass man nicht wirklich konstant online sein muss. Also das habe ich eben im Interview mit Ron Pessner von Microsoft erst mal erfahren. Das hat mir so ein bisschen meine größten Befürchtungen genommen, dass man eben Offline-Spiele auch offline spielen kann. Aber es geht halt wirklich anscheinend in die Richtung, dass man sich regelmäßig einloggen muss, damit irgendwie Updates gemacht werden oder irgendwie Registrierungen. Ich denke halt, es geht sehr viel in Richtung Kampf gegen die Raubkopierer. Ich glaube, dass das schon so der Hauptgrund ist, dass man einfach wissen möchte, wer benutzt das Spiel gerade und was macht der gerade sonst so. Und wenn der irgendwie mal nicht mehr online ist, dann ist er irgendwo und macht schlimme Dinge. Also so denkt vielleicht Microsoft. Aber es ist ganz schade, dass es eben noch nicht so verwirrend ist. Und ich hoffe halt sehr, dass ihm dazu auch auf der E3 richtige Antworten geliefert werden. Aber das Problem ist einfach, das sind Sachen, das weiß Microsoft auch, das sind Sachen, die die Kunden stören werden. Und deswegen möchte man wahrscheinlich diese schlimme Wahrheit so lange wie möglich hinauszögern. Aber in meinen Augen macht man es dadurch ja auch nicht besser, wenn hier ein Gerücht und ein Shitstorm den nächsten jagt. Okay, dann hoffen wir mal auf genauere Aussagen auf der E3. Ja, auf jeden Fall. Danke. Danke. Danke.